nein nein, 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 nein weg, dann fliegt mehr los, oder? ich sah es jetzt mal wir haben den ersten Spielzahl im mond das heißt aber der kostet 50.000 warum bist du verblutet irgendwie überall? naja, das ist ein Drip, Mann was ist das? Als ich euch jetzt zweimal schon gekeilt habe. Er drippt auf seinem Ding, Alter. Ekelhaft. Okay, der drippt richtig, ich fahre mir in der Brust, also guck ich jetzt mal an. Warte, warte. Der Eul drippt auf dem... Warte. 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 Warte, ich muss auch noch ein bisschen was vom Drip abhauen. Okay, Leute. Ja. Ja, Hingy? Ja? Ja, Hingy? Was gibt's ab? Ja, Hingy? Ich kauf Sachen, ja? Ja, kauf mal ne Flashlight, Hingy. Drei Wookie Talkies? Kauf mal ne Flashlight, Hingy. Hingy, kauf ne Flashlight. Und am besten kaufst du eine Flashlight. Aber die Pro Flashlight... Ich kauf jetzt erstmal das, was du kaufst. Oh, die Walkie Talkies. Kauf die Walkie Talkies, Hingy. Kauf die Community, Hingy. Kauf sie. Sie ist wertvoll. Kauf es. Kauf es. Oh, das wird Mike gefallen. Mike, komm mal hierher. Was, 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 was? Nix. Alles gut. Ich... Das gibt weiße Outfits jetzt? Das ist ein Winkel. Hingy. 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 die beiden schnarchen sind die augen und der visier ist der mund das stimmt ich bringe ich bringe ich bin ja alter das ist der hätte es doch voll geil dass auch gibt einen power in gibt kommen die bestellten sachen wahrscheinlich hinter uns also im nest ich wiederhole hasen ist Danny, Danny hörst du mich? Komm mal mit, nimm mir Sachen mit bitte. Im Eingang ist so viel, du brauchst nichts mehr suchen Danny, du brauchst nichts mehr suchen Danny. Du brauchst nichts mehr suchen Danny, du brauchst nichts mehr suchen Danny. Joke, wie viele sind hier? Joke, die wohnen jetzt hier, die erobern uns. Nein, nein, bitte, 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 ich will nach Hause, ich will zu meiner Mutter, zu meinem Freund, zu meiner Familie. Nein, was will ich mir sagen? Au, 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 au. Raus aus dem Bett! Nein! Mach, da ist alles voll gekotzt! Mir geht's nicht gut. Warte mal losfahren, ich glaube da draußen sind viele zu frühfahren. Da sind so viele Schätze noch! Ja, ich weiß! Geh, geh, du! Geh, geh, du! Ich bin aber fast tot! Eben! Ich bin selber fast tot! Dann ist er jetzt ein bisschen wie Werner. Du schaust das schon, der Geh, du schaust das schon. Du bist doch ein Hasen! Du bist doch ein Hasen! Entweder zwei oder keiner! Geht euch eure, äh, äh, äh... Da ist eure Pammel schon mit hier hin! Und wenn wir zusammenbleiben, tun die nix. Pammel Schaufel? Wir haben keine Schaufel. Ich wollte grad sagen, das war in einem anderen Leben. Das müssen wir halt hoffen, wir müssen einfach zusammenbleiben. Ingi kommt mal ein bisschen auf. Ich lenke die ab, ich lenke die ab. So. Am besten bleiben wir... Wir müssen immer zusammenbleiben, okay? Das Problem ist... 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 Die denken sich immer überschneiden. Ja, ey, 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 ey. Nicht zu nahe, 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 nicht zu nahe. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Leute... Stopp den Wagen! Stopp den Wagen! Komm rein! Stopp den Wagen! Nein, warum? Hallo? Leute, ihr müsst schon im toten Woten, sonst mach ich's nicht. Nein! 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 Sie haben einen! Sie haben einen der Hasen mitgenommen! Nein! Warum? Warum? Nicht der Hase! Sie haben einen echten Hasen getötet! Warte, ich muss die Schätze holen! Alter Mike! Riese! 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 Weg 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 Denny, das können wir gleich holen, wenn du möchtest. Boing! Ihr habt gesagt, gleich! Don't care! Elbius, Melchius, don't care! Oh, Ingi! Hör mal, hör mal! Ähm, Leute! Komm rein! Alter, Alter! Das ist nicht Ingi! Oh, unsere Schatz! Leute! Alter, ich hab'n Problem! Ihr seid! Ich hab'n Problem! Digger! Seht ihr ihn? Junge! Alter! Die Bienen greifen mich an! 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 Hör! Digger! Die sind ja immer noch da! Junge! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! Junge, die sind immer noch da! Die kommen da nicht mal rein! Japp! Warte! Ingi, 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 Ingi! Hör mir zu, hör mir zu! Nehm das Bienen-Nest und schmeiß es weg! Mach! Okay! Tust! Lock die Arme, lock die Arme, lock die Arme! So hast du dich nicht angreifen! Renn! Renn! Alter! Äh! Scheiße, Mann! Scheiße! Iggy? Ich hab das Bienen-Nest erfolgreich weggeworfen! Der auch nicht! Wir waren nicht abwievern und unlaufen! Schmerzt! Ein regal fest! uma behandelt werden! G différentes die Brücke! Ayn! All die Ranns! questioningер 2 Komm schon runter! Komm her! No no no! Klasse! Alter! Oh My God! Er will jetzt unbedingt alles einschnen�bende! All your game. Hallo? Ich bin schneller als du! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Hi! Mike ist Mario tot. Da will wer rein. Wollen wir was fahren? Und ein Mike! Und ein Mike! Weg hier! Kompanie! Kompanie! Du wirst ihn schlecht sehen. Stört mich, dass wir hier bis nach oben hopple. Hopple! Warum ist der nächste Eck? Oh süß! Uffu! Uffu! Ey! Komm ich will fangen! Bei wem es explodiert, der muss sich umbringen. Habe ich auch früher mit den Kindern immer gespielt. Höh? Als ich noch ein Kind habe, habe ich das in meiner Schule gespielt. Gerade als explodieren... Alter! Nehm ich mir! Nehm ich mir! Nehm ich mir! Nehm! 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 Warum? Ich dachte, wer von dir muss sich umbringen. das Ding doch in den Schnur oder in den Schnur oder in den Schnur komm jetzt her ich will den doch in den Schnur oder in den Schnur nein nein ich bin dran ich bin dran ich fahr weg ich fahr jetzt weg oh mein Gott millennium guck必 1965 прис objectives for to me Happy 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 Was? Damn, der Pushe! Oh, shit! Habt ihr Wokitokis für mich? Oh, ein schöner Pulsar, cool! Das ist meiner! Das ist meiner, danke! Probleme oder so? Ah! Alter! Dann los, Mike! Ich schaffe den Wagen! Ich hab da ein Ei liegen gelassen, da liegt noch ein Ei! Ist dir egal, ist dir egal! Das ist ein Ei gelegt, wenn die ganzen Manzler mit Eis bekommen? Ja! Das hätte ich verkaufen können! Das Ei! Ja! Das war was wert! Ja! Ja! Ich hab da auch für dich! Weißt du? Ich kann nicht hierher den Eindrucken! Ja! Lass! Halt du es nicht, bitte! Nein! Ich geh vollidiot! Ach Junge! Ich hatte so... Du fick dich! Du fick dich! Du nennst mich nicht! Ey! Ey! Du kannst du nicht einfach wegrennen! Hallo! Dicke! Das ist nicht dein Ernst jetzt! Inge, das ist nicht dein scheiß Ernst! Das Item ist verpufft! Du hast es verpufft! Das ist verpufft! Check me! Inge ist ein Riese, ne? Pass mal auf! Baby! Ich bin der Lüste, der ist allein! 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 Oh fuck! Er hat mich gesehen! I'm dead! Okay, geh! Mike ist tot! Gut gemacht! Ah! Nett! Ich bin tot! Aber irgendwie... Ja? Du trotst mir ein bisschen zu viel rum! Ja! Was mach ich? Komm mal her! Komm mal her! Ja, ja! Du trotst mir ein bisschen zu viel rum, gell? Mike hat mir schon gesagt, ja! Ey! Nein, nein, nein! Weißt du was das war? Ja? Er hat mich an Huren so gedacht, ja? Ja! Ja! Und ich wollte das ausgesuchten, ja? Und er! Ja, er! Er da hinten! Guck, guck, guck! Guck dir an! Er da hinten! Ja, ja! Ja! Er! Ich bin doch weg gelaufen! Ich wollte das ausgesuchten! Mit ein richtiger Hase! Und er! Ja! Er ist doch vorweg geraten! Ja! Ja! Jetzt hätte ich wieder als das Opfer dargestellt! Ja! Das ist jetzt... Na komm! Ich bin doch nicht fertig mit dir! Also... Das ist die eine Geschichte, aber die andere Geschichte sind zwei Riesen, die uns gegen... Das passiert einfach! Du hättest eigentlich hier stehen sollen! Jetzt hier stehen sollen! Und dann Mike teleportieren oder nicht! Ich bin wirklich kein Hase! Was? Ich verstehe dich nicht! In wirklichkeit bin ich kein Hase! Warum? Hey! Was hast du da? Was hast du da? Okay! als er schreit. Alter! Alter! Hau ihn! Töt ihn! Ciao Inki! Ciao Inki! Warum bist du eigentlich gestorben? Du hast mich gekillt! Billion Spiegel Wie sei denn? Ihr